Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von die Sims 3 Blue Bloods, my Warplay Game hier bei die Sims 3. Und das letzte Mal sind wir befördert wurden zum Schreibtischhengst. Ich habe in der Zwischenzeit etwas weiter gespielt, weil es ist nichts Spannendes passiert. Wir haben, ich habe halt ein bisschen zu Hause mit der Kollegin ein bisschen anfreunden, weil er ist der Einzelgänger, zwar Einzelgänger, aber hat jemanden gefunden, der ihn versteht, eine beste Freundin und so, Kollegin, man muss sie verstehen und ihr hat ja vieles anvertraut und ja, jetzt hat er natürlich sie als Freundin, der Chef, da muss noch ein bisschen mehr kosten, aber er ist halt natürlich auch ein bisschen zurückhaltend. Jetzt ist erstmal Wochenende und wir haben, ich habe nochmal die Kochenfähigkeit etwas verwässert mit Läden, damit nicht alles anbrennt und ist ja auch normal, dass man das macht. Ich habe noch ein, zwei Mods installiert. Ich weiß nicht ganz genau, wie die funktionieren. Ich habe auf jeden Fall den Story-Progression-Mod, ich weiß nicht, ob der jetzt kommt hier. Jupp, du scheinst die Lebensdauer verändert zu haben. Sollten die Geschwindigkeit der Manager automatisch sein? Jupp. Was sollen wir jetzt machen? Es ist 22.30 Uhr. Ich habe mich da die Logik verbessern, das hat er ja so im Kopf und das können wir doch eigentlich mal machen, jetzt abends zu schaffen. Ich glaube, ich muss noch mal meine Logik verbessern, das wäre schon nicht schlecht. Wollen wir mal loslegen. Alles klar. So, dann schauen wir mal. Ja. Du müsst schachspielen, ja. Mit mir alleine. So ist es am schönsten. Ja, er mag es halt, ne? Alleine. So, ganz kurz mal ganz gucken, wie das funktionieren würde. Hm. Da muss ich nochmal nachlesen. Aber das ist ja für ihn nicht wichtig, was ich hier installiert habe. Das wird für einen anderen Charakter. Denn wir werden in diesem Spiel nicht nur, in diesem Räupel nicht nur ihn spielen, sondern auch die andere Seite, die böse Seite. Also wir werden jetzt nicht den Gangshaber spielen, doch aber einen, sagen wir mal, doch, einen Lakaien, sagen wir mal so. Wir spielen jetzt nicht den, sein Gegenspieler, das wäre dann so ein bisschen albern, das war, ihn spielen wir unter dem Bösen, sondern wir spielen einen Lakaien. Das heißt, der Oberböse ist der Mafia-Boss, der sozusagen dafür gesorgt hat, dass die Eltern von ihm gestorben sind. Und, ähm, der schickt einen Lakaien her und der wird dann einen, ja, kann man sagen, versuchen, ein bisschen Kars zu schiften. Und weil das natürlich in Sims nicht anders geht, weil, äh, oder vielleicht durch den Store-Progressen-Mods, aber wir müssen schauen. Ja, so. Und die Zeit verging, und er spielte Schach und vergaß die Zeit. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen auch ein, äh, ich hab mir überlegt, ob man, man könnte ja auch so einen Noir-Film machen, mit Schwarz-Weißen, denn so, dass er immer so, was soll ich jetzt machen? Ich muss den Weg herausfinden. Da ist ein Inspektor, der, ah, das Leben ist schrecklich. Die Zeit verging und verging, und er spielte und merkte gar nicht, dass er schon Samstag war. Äh, äh, äh. Äh, Hank Goddard? Oh, ist das ein Mensch? Mhm. Hm. Das ist faszinierend. Ja. Level 5 erreicht. Der kann jetzt Kindern helfen, ihre Schulschule zu leisten. Verdammt, ich hab nämlich selber verloren. Oh, ein Mist hier. Naja. Ist es egal. So. Naja, okay, Dankeschön von meinem Chef. Was will er? Hoffentlich nicht Wichtiges. Was? Oh, verdammt. Ist das jetzt so ein bisschen... Er muss zur Party, weil er der Chef ist. Na gut, denn wo, 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 wo denn der Boss? Wir besuchen... Na, wir besuchen jetzt nicht... Ich glaub, die... Nee. Ganz ehrlich, die besuchen wir jetzt. Das ist doch unlogisch. Ich würde niemals machen. Nee. Mach ich doch nicht. Oder selber machen. Das ist echt wahr. Und ich hab noch was gekauft. Denn wir sehen, wir haben weniger Geld. Ich weiß noch nicht was. So. Zähneputzen nicht vergessen. Schlafen gehen. Und zwar hab ich gekauft... Ein Radio. Ich hab erst endlich ein Radio gekauft mit... Ne, das war ein bisschen... Das war ein bisschen... Entsprechend... So, das ist seine Musik. Die werden wir hinterher haben. Denn er ist ja... Französisch. Er kommt aus Frankreich. Das ist seine Heimat. Ich vermisse meine Heimat. Sehr gut. Ich würde aber nicht Französisch sprechen lassen. Weil er ist ja geboren. Sein Vater war ja Französisch. Aber er ist selber natürlich nicht so ganz. Okay, jetzt gehen wir mal schlafen. Das war natürlich jetzt... Ne? Aber es gehört auch dazu, zum Roleplay zu schlafen. 48 Phase... 48 Phase... Stell dir mal vor. Hätte ich diesen Oberwolter nicht, dann würde alles sich festbacken. Es läuft viel flüssiger, seitdem ich diesen... Habe. Ich hab noch nicht... Also ich hab jetzt die ganzen Aufnahmen... Es ist noch nicht einmal abgestürzt. Oder hat sich festgebackt so doll. Also... Huda Harp. Das ist, äh... Der Vorteil. Man muss halt sie richtig benutzen. Die Mods. Mods machen Spiele schon gut. Ja, ja. Von für Roleplay Sachen. Oh, und die Zeit verging. Es ist schon 6 Uhr morgens. Ja, aber ja, es ist Samstag. Wir können ja mal gucken. So wie gesagt, wir machen nichts. Wir gucken einfach nur, was da los ist. Oh, es ruckelt. Achterstein. Ja, gut. Es regnet der auch gerade, glaube ich. Wir spulen schnell vor. Ja, vielleicht sollte ich mal wieder zu ihm. Und er schläft und schläft. Bislang schläft er. Bis 10.30 Uhr. Wegen ihrer unbeliebten Natur haben sich die Freunde Victoria, Andrews und Barrett Willow immer mehr auseinandergelebt. Wir haben diesen Heeren noch nie gesehen. Aber er sieht irgendwie cool. Also, der Barrett Willow sieht einfach aus wie so eine Sowjetin. Es ist aber so ein Motorradhelm wahrscheinlich. Sehe ich das richtig? Oha. Ja, das ist halt Dramen. Man weiß ja nicht, der Barrett. Der ist übrigens nicht aus Final Fantasy. Ja, nicht, dass man denkt, das ist einfach ein normaler Name, den andere auch haben können. Oh man, die geht in der Luft für Igwe und Emma Hatch. Die beiden zeigen allen, wie sehr sie ist. Und vor allem im Altersunterschied, glaube ich sogar, oder? Aber ist der nicht verheiratet? Oh Gott, das sind ja Dramen. Das sind Dramen, die sich hier abspielen. Oh mein Gott. Es ist dramatisch. Wenn wir aufgestanden sind, werden wir erstmal die Dusche säubern und dann duschen. Erstmal duschen, dann säubern. So rum. Dann gehen wir nicht auf die Litte. Wir säubern aber das Klo. Pauli und Hank Gordon wohnen auf dem Kaum. Oh. Unser Chef hat ein B. Er war... Also, okay. Der Chef kriegt ein Baby. Also nicht er, sondern seine Frau. Naja. Ähm. Wildpferd. Es ist 8... Es kam 8 Uhr. Okay, wir sind ja nichts. C. Oh Gott, was heißt das? Ich glaube, das sollte irgendwas... Da war noch nicht was wahrscheinlich übersetzt. So. 8 Uhr 14. Es wird Zeit aufzustehen. Äh. So. Erstmal duschen. Und danach schauen wir mal, das... Können wir ja mal gut schucken. Das ist schön. Die beiden, die kennen sich schon seit... Oh, die Jahren. Seit Jahren. Schreiben. Wir können auch schreiben. Was wollte ich denn machen? Wir haben ja... Wir können mal... Ja, mach mal sauber. Immobilien. Was? Hank, Gott und Pauline Havann haben Schluss gemacht. Oha. Sie war schwanger und... Zack. Oha. Und jetzt ruft er noch an wahrscheinlich und sagt... Ich habe... Oh Gott. Das sind da Dramen. Sie abspielen. Sie ist schwanger und er... Die machen Schluss. Das ist doch... Och nee. Das arme Kind. Das ist so typisch, ne? Ist es Hank? Ayeshi. Also Sari möchte... Okay. Ich muss dazu sagen, dass ich die Gute hier angeschrieben habe. Ja. Ihr Profil. Und dass wir... Dass ich mit ihr ein kleines Date hatte. Aber sie war nicht gerade nett. Sie hat gegessen. Hat uns nicht... Wir haben ein bisschen erzählt und dann ist sie gleich abgehauen. Zu ihr Verpresser. Und mit ihr und sah aus wie so eine... Naja. Sagen wir mal... Bordsteinschwalbe. Wie man so schön sagt. Okay, wenn du sagst. Okay. Ich habe nichts gegessen. Egal. Vielleicht hat sie ja was. Ja. Und so macht er sich auf den Weg. Oh. Das ist aber der See. Das könnte schön sein. Am See. Oh. Monsieur. Wir gehen an den See. Frankreich. Jemais. Romantik liegt in der Luft. Du musst auch Französisches. Beide haben. Oh. Was ist denn das? Oh Gott. Das ist ja ekelhaft. Zusammen. Okay. Jetzt... Okay. Die wollen es wissen. Die wollen es wissen. Oh. Was ist das denn? Ich glaube, wir haben hier gerade die Mafia entdeckt. Die sehen Hunde... Guck mal. Das ist doch die Mafia hier. Ja, hier schon so ein bisschen da wieder ein paar... Und hier, dass sie die Mafia braut. Allein vom Outfit her mit dem Schwarz-Weiß. Oh. Oh. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, die Mafia ist hier. Die Typen sind aber verdächtig aus. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, dass, ähm... Ja, dass doch hier noch eins auf uns zukommt. Also... Okay, also diese romantischen Sachen finden jetzt also statt, habe ich das Gefühl. Äh, Karrieren werden nicht mehr zugewiesen, was schön ist. Und Fähigkeiten auch nicht mehr. Das heißt, es gibt jetzt nur noch romantische Sachen. Hier, hier im Wissenschaftlichen Institut... Äh, hier soll sie... Wo ist sie denn? Hallo? Ah, ja, sie ist... Ist das eine Falle? Wir erinnern uns, sie arbeitet als Verbrecherin. Und wir haben uns sofort am Strand angefreundet. Gut, jetzt ruft er sie. Wir haben uns sofort am Strand angefreundet. Wir haben ihr auch nicht erzählt, dass wir Polizist sind. Oder haben wir das? Vielleicht hat sie nach... Vielleicht... Wir haben sie mit ihr getroffen. Das... Könnte sein. Jetzt ruft er sie. Aber komm, wir hatten ja schon zwei Verabredungen. Also es scheint so, als würde sie Sachen versuchen uns... Entweder will sie wirklich was von uns, oder sie möchte irgendwie Sachen erfahren. Und, äh, bringen uns immer an abgelegenen Orten. Er sitzt mal bei dem Café und... Sie hat ihr Outfit... Ihr Arbeitsoutfit an, offenbar. Ne, das hat sie an, als sie zur Verbrecherin ging. Gut, das ist sehr... Ich weiß nicht, ähm, ob das... Ja, und sie steht ja hinter der Ecke. Hinter dem Wissenschaftsinstitut. Das... Sieht mir verdächtig aus. Hier hinter. Was ist das denn für eine Verabredung? Hallo, Ayasha. Ayasha. Es regnet. Aber die Sonne kommt auch wieder raus. Also erzähl mir, was ist los? Ja, es ist verdächtig, ne? Es ist schon verdächtig. Verbrecherin. Und, äh, sie hat uns, äh, einmal, ne? Versetzt. Jetzt sind wir wieder hier. Vielleicht will sie es nochmal genauer wissen. Ich bin mal vorsichtig. Ne, wir sind kein... Ich bin mal ganz vorsichtig. Andras. Nein. Äh, spezial romantisch. Ne, spezial... Oh Gott. Ich, äh, bin mal ganz vorsichtig. Und, äh... Ja, wir fangen erst mal an. Wir plaudern. Also ich mache hier ein bisschen Sport. Ne, ich muss immer fit bleiben. Das ist wichtig. Ne? Das weiß ich. Ich muss auch fit bleiben. Du weißt ja. Ich bin nun mal Kassiererin, ne? Verbrecherin. Ja. Muss man ja auch schnell rennen können, nicht? Ja. Ja, verstehe. Oha. Oha. Film gucken. Oha. Freundlich. Also ich mag ja angeln, ne? Ich mag so Fische und sowas. Also ich habe damals auch in Frankreich, wo ich herkomme, immer geangelt. So richtig... Oha. Das ist aber schön. Angeln finde ich schön. Ja. Ich habe auch eine von meinem Vater geschenkt bekommen. So richtig mit Würmern, allem? Also ich habe schon einiges gefunden. Ja. Auch alles von meinem Vater, verehrt. Er ist leider nicht mehr da, aber er hat mir was hinterlassen. Schön zu wissen. Ja. Jetzt kommen ein paar Erinnerungen. Also jedenfalls, ich bin neu hier. Ne? Ich bin jetzt bei der Polizei. Ich sage es jetzt mal von da raus aus. Ich arbeite... Zeit. Mach doch nichts. Wir können ja trotzdem Freunde sein. Verstehst du? Mach doch... Ist ja nur ein Versuch. Ja, aber es macht das irgendwie merkwürdig. Guck mal, du bist Verbrecherin. Wir treffen uns geheimlich. Ich verstehe, was du meinst, aber wir sind doch auch junge Leute. Wir sind da Anfänger. Wir sind doch keine Kriminellen. Na ja. Da hat sie recht, ne? Also ich mag lieber die Sterne, ne? Ich hasse die Sterne. Hm. So, so, so. Ja, tut mir leid. Ich wollte nur mich vorstellen. Ich verstehe das ja. Jeder fängt mal klein an. Oh!